Nix. Kommt nix. Noch neid. Neid. Kommt nichts. Ihr auch nichts. Und... Okay. Okay, da kommt ne ganze Menge. Aber wir haben die Schulstrinde. Und... Wie ist denn? Ne. Mit einer extrem hohen Reichweite. Viel zu hoch meiner Meinung nach. Aber... Ich will mich mal lieber nicht beschweren. Äh. Fall um. Oh. Bleiben wir drin. Ganz toll. Und ich bleibe bei der Doppelläufigen. Ist g'sünder. Wusste ich doch. Health. Yeah. Medkill. Und da war noch eins. Und schon viel Munition. So, was brauchen wir noch? Noch mehr Health. Noch mehr Health. Viel mehr Health. Und... Uh. Ganzer Raum voll mit Gegend. Ohlalalalalalalala. Oh, wie viel Sinn denn das noch? Geht weg. Lass mich in Ruhe. Das ist alles ein Missverständnis. Ich war das gar nicht. Was auch immer. Hurra. Ist tot. Und was ist da hinten noch? Ein Portal. Speichern. Und die Kettensäge. Hey. Hey. Und ich bin... Bin ich jetzt? Hey. Ach so, das ist so ein einzelner... Ah, okay, okay. Ich bin... Was macht dieser Knopf? Ah, der macht uns die Tür auf. Und wir finden... Munition. Für die... Jengun. Und... Warum geh ich jetzt nochmal da rein? Und sind ja noch rückwärts. Gut. Ja, komm, ich brauche irgendwas. Also da wolle ich nochmal lang, oder? Wolle ich da lang? Nein. Eher zugefunken, cool. Ist das das Original? Hat das das Original tun wir es auch? Keine Ahnung. Zu lang her. Viel zu lang her. Und wir... Wir schauen... Da. Nein, das ist nur der... Abgang nach unten. Keine Ahnung. Irgendwas, wo wir sehen können. Komm, komm, da ist irgendwas. Da komm ich zu der Gegner. Nein, war nix. Ich werde echt paranoise in dem Spiel. Und... Wie, nichts? Keine Gegner? Jetzt kommen wahrscheinlich gleich wieder... Munition. Noch mehr Munition? Jawoll. So viel hab ich noch gar nicht verschossen, oder? Doch so viel. Doch. Äh. Falscher Raum. Da wollen wir lang. Oh, Spinne. Nein. Gegen die will ich die Strootflinde nicht testen. Äh. Strootflinde, ja. Strootflinde. Fast dasselbe wie die Säge. Nur mit geringerer Distanz. Äh. Hörer. Gering. Andere Distanz auf jeden Fall. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Weiß es selbst nicht. Ich verwirr mich total. Oah. Stirb halt und stöhne so dämlich da rum. Kippt mir auf die Nerven. Und ich will jetzt die Stroot. Äh. Noch mehr, komm. Du auch hier. Äh. Komm, stirb. Oah. Ist ich der Einzige, der die Strootflinde jetzt schwarz macht? Ich hoffe nicht. Und. La la la. Ich bin mutig, muss ich sagen. Mutig, mutig. Ach, jetzt sterb's halt einfach mal alle. Ich hab gedacht, ich schieße jetzt einmal allein, als alle tot. Aber. Nein. Komm ich da rein? Auch nicht. Geh weg. Und noch mehr, ja. Und ich würde doch irgendwann eine Spite laufen, glaube ich. Oder bin ich mir das jetzt ein? Bin ich mir da noch ein? Stirb. Da anstelle. Komm. Zersächel. Geht ned. Ich kann mir bei der Kettensäge keine Bäume zersägen. So, weiter geht's. Kack, Frapster. Was hat mir dieser Tein splitten? Man kann's nicht abschalten. Man kann es nicht abschalten. Ich würde definitiv noch eine Spinne. Hinter dieser Wand. Gut. Sie ist hinter der Wand. Das soll sie bleiben. So lange sie will. Und ich muss da ran, richtig? Ne, was war das damit? Naja, war ja klar. Hohohoho. Ach, bleib da. Hier sehen. Arschloch. Und? Geht da draußen jetzt runter? Das geht auf jeden Fall runter. Und die Wand geht dann runter. Will ich den zweiten Stall da auch noch umlegen? Wenn der ein zweiter Stall da ist. Was ich vermute. Oh, jetzt ist alles so unfreundlich zu mir. Ich komm her. Will freundlich reden. Ich will Gott und die Welt. Ne, schieß gleich auf mich. Was soll denn das? Und? Nein, es wird draußen nicht runter. Egal, das ist eine Spinne. Das heißt, wir speichern. Oh ja. Ist das nur eine kleine? Oh, ist das nur eine kleine? Na dann. Dann geht das noch. Die Großen machen mir Sorgen. Lala. Was war das? Oh, die Wand ist wieder hochgegangen. Sie geht doch nicht wieder runter, würde ich sagen. Im Moment ist da noch irgendwas? Ist da noch was? Nein. Okay, dann klicken wir mal hier. Und ganz wieder neue Gegner. Ganz wieder neue Gegner. Ganz wieder neue Gegner. Ganz wieder neue Gegner. Oh, das sind noch mehr. Das sind noch mehr. Das sind hinter mir auch. Du Scheiße. Nicht in die engen Gänge gehen. Nicht in die engen Gänge gehen. Ach, sterb schal. Nur nicht stehen bleiben. Nur nicht stehen bleiben. Immer weiter laufen. Immer weiter laufen. Ausdauer laufen. Das haben wir in der Grundausbildung gelernt. Gar nichts, wenn wir nicht in der Grundausbildung waren. So eine Scheiße. Ich muss jetzt aber nicht sagen, dass das alles war. Ich muss doch gleich, dass mir das so einfach erscheint. Was ist da hinten noch? Hey, ist vielleicht da draußen jetzt die Tür runtergegangen? Oh, nachschauen. Nein, ist immer noch oben. Verdammt. Ich dachte, das geht vielleicht auf. Kann ich nicht mehr betätigen. Okay, geh auch da rein. Wie sind denn da noch? Oha. Mini-Gans. Nein, die heißen jetzt keinen wieder. Egal, vielleicht schießen sie sich gegenseitig über. Nein. Nein. Zu viele Gegner. Zu wenig helfen. Ah, schön vorbeigeschossen. Sehr schön. Und ja, da kann natürlich nicht nur ich springen. Ah. Ja, die fliegt da noch im Kreis um die Ecken. Ja. Das war eine tolle Idee. sich direkt vor den Gegner steilen und abzudrücken. Ich sollte öfter speichern, ja. Sollte ich wirklich. Komm, lad. Hopp, hopp, hopp.